Ja, mit den Deutschen ist das nicht so einfach. Willkommen von dem Faktor. Mit den Russen geht es immer noch am schnellsten. Ich bin mein Faktor. Ja, komm von dem Faktor. Ich meine, ich habe bei den Russen vielleicht insgesamt drei Stunden insgesamt in Schlachten verbracht und ich bin in Rang 3. Die sind ja total überpowered. Gerade die Illusion 2, das ist ja nicht normal. Ja, oder dass du in Rang 1 battlst. Oder die Lack 3. Die Lack 3 im Tier 1 ist ja krass. Der größte Abfuck ist diese Ishak, die ist einfach viel zu wendig für diese Welt. Die dreht sich um dich rum, während du an ihr vorbeifliegst. Ja, oder hier die Yaks, ein aufsauerstacken C&B. Die ist jetzt alles ab, was mir in die Füße kommt. Typhoon, sind das schon wieder Zweier? Ja, Typhoon ist ein Zweier, aber es ist meistens so, dass wir ein paar Zweier... Aber bei dem fliehen auch Swordfish und Gladiator mit, also so Doppeldecker. Das ist halt jetzt ein paar Zweier und ein paar Einser. Ja, die Swordfish ist das nutzloseste Flugzeug im ganzen Spiel. Ich glaub, ich hab noch nie einen Kill in dem Ding gemacht. Die Swordfish hat jetzt mein Fisch aus dem Fisch genommen. Und durch Ramborg, toll. Ich ramm's ne dumme Gladiator, ich rast aus. Die Swordfish waren aber die Doppeldecker von der Marine-Britischen, die auf dem Flugzeugträger waren. Die haben die Bismarck festenkt. Zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Ruder klemmt, dass die Penner. Das ist nicht Swordfish, die schießt sich ab. Nein. Gut, die Swordfish. Rache für die Bismarck! Da vorne ist Yves, du hast ne Jack hinter dir. Muss ich nicht, mein Seinfeld ist so gut. Achso. Zier hoch, passt da, zier hoch, jawoll. Achso, genau. Ich bin momentan von einem Faktagland, wir spielen Warslander, mit einem Stand Snarras, Bifi und Dragonfly und ich. Ich komm immer näher. Oh, das war knapp. Naja, der hat abgetreten, als er mich kaum gesehen hat. Alles klar. Das ist zwei Kilometer vor mir und du bist grad unter mir durch. Jo. Ich bleib jetzt an der Jagd. Jag, 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 ich werd dich töten. Alter, zwei Swordfish. Glückstag. Nein, 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 der eine stürzt grad schon ab, der ist schon weg. Ja, der ist auch grad weg. Den anderen, den hab ich grad ausgenommen. Wow, Alter. Sollte aufpassen, wo ich meine Bomben abfärfe. Scheiß, Jag, Scheiß, Jag, Scheiß, Jag, warum bist du nicht in deiner Einzeltalle verfallen, wie du solltest. Ach, jetzt ist er down. Ich hab ihn. Oh, ich bin nochmal gefährlich nah an die feindlichen Basen kommen bei dem Manöver. Ach, über mir ist ne Fury und ne Hurricane. Fury und ne Hurricane. Jo, ich nehm mir mal erst die Fury, weil die fliegt hinter der Hurricane. Vielleicht merkt ihr das gar nicht, wie ihr Kollege abschürzt. Okay, der kleine Drecksack hat sich als sehr, sehr zäher erwiesen. Und hat einfach mal 20 Millimeter Sperrfeuer weggesteckt. Ach, doch nicht, er ist abgestürzt. Wobei Kopf rennen mit Aran. In dem ersten Platz. Ah, jetzt hat ihn's irgendwie überholt, wa? Scheiße, ich hab die ganze Zeit so ne Missgeburt hinter mir. Der geht mir so auf die Eier mit seinen Scheiße. Ja, der holt mich runter. Mein linker Flügel ist im Arsch. Ich kann schon wieder nur sehr eingeschränkt manövrieren. Und mein Heck im Geh trifft einfach nicht. Oh, ich versuch mal zu dir zu gelangen. Naja, naja, das kannst du glaube ich haken, das Ding. Ich krieg hier nur auf die Fresse von ihm. Harry Kane... Okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Harry Kane. Warte ich. Bin da. Wie viel gegen wen willst du jetzt anreden? Das war's. Die 112er da hinten, ah ja. Genau, den hol ich mir jetzt. Die 150er ist ja viel zu... Der erste von denen brennt. Ah, der Heckschütze. Ah, mit dem pflege ich ganz gern eigentlich, mit dem kleinen... Italiener. Ich hab niemals gedacht, dass es irgendwo was Italienisches gibt, was ich gut fände. Also die MC-202 ist echt geil. Das Vorgänger-Ding ist auch okay mit Brandmunition. Boah, die Seria 3 und 7, ne? Ja, die 7er hab ich jetzt. Also ich hab nur die 7er und die 202 drin. Okay, da unten seh ich wie einer von euch von 4-5 Mann getrieben wird. Ach, das... Ja, das bist du. Warst du. Schau mal auf meinem Platz. Oh, noch ein Kay. Klick mal zu den anderen 2 Trolle-Leuls da hinten, dann können wir uns sammeln oder greifen wir alle zusammen. Ich muss mal reparieren. Mein, äh, Seitenruhle ist ausgefallen. Sag mal, wie viel Mühe habt ihr mit der HI-112 da? Nicht mehr viel. Ich hab ja so'n Prototyp-2, äh, 112, die hat nur eine Kanone und mehr hat die ja nicht. Ach, jetzt wo ich da bin, wisst ihr? Sorry, Digga. Ich hab's nicht. Es fällt schwer zu zielen, wenn man keinen Seitenruder hat. Wow! Wow! Der kommt schon nix, so'n der Zwölfe. Ach, Naran hängt schon dran. Hab'se? Jo. Wie viel du landest, ne? Jo, ich lande. Unter mir ist ne Spitfire, die flieg genau auf mich zu. Ich versuch mal dich zu covern. Ich hab die Spitfire noch, aber er hat mich auch. Haha! Jo, nur 112, die haben uns gegenseitig rausgenommen, das Schramm. Sehr schön. Die Serie A7 schramm raus, die V5 schramm raus. Ich komm jetzt mit der Serie A3. Das ist ja mein Ersatzdeck, da sind nur Popel-1er-Jäger drin, die ich halt so mal fliegen will. Guck mal, der Olle Wannabe hat einen mehr abgeschossen als ich und fühlst jetzt cool und hat einfach mal 300 Punkte mehr. Jetzt muss man noch was abschießen, ne? Ich hab nix gerissen, aber es wundert mich bei den komischen Vögeln noch nicht, die ich hab in dem Deck. Warum fliegst du denn dann überhaupt? Weil ich will die alle durchforschen. Ich will alles mal geflogen haben, was ich hier hab in dem Spiel. Ich referier irgendwie nicht, das ist normal. Sobald ich die hier durch hab, nehm ich auch die G50 und so rein, die Z2 fliegen. Äh, Drankler, du hast ne Jagd an dir. Naja, ich tu grad mit Kampfklappen, ähm, nicht drehen. Ach, ist aber schon weg, ihr bearbeitet den gerade, oder? Ja, die Jagd will jetzt an wie viel ran? Ja, okay, komm mal. Oh, die Jagd war auf meinem Weg, okay, alles klar. Ja, ja. Ich komm mit was anderem wieder. Da ist ne Hurricane hinter mir. Ausmanövriert. Falls ihr's noch nicht wusstet, äh, wenn ihr F drückt während eines Kampfes, verliert ihr ein bisschen Geschwindigkeit, könnt aber schneller wenden. Ich hab' mal ausfahren halt, ne? Ist halt... Heeshot Action! Tag, hab' ich dich, du Missgeburt! Hahaha! Jagd 1, der Schram rausgenommen! Der dritte, dritte Ramkill! Sag mal, du kannst dir jetzt nicht so ein gesundes 300-Punkte-Polster aufbauen und dann einfach meinen, dass ich dich nicht mehr einholen kann, ne? So ist nicht. Oh, wir haben eh gleich gewonnen, ich bin gerade erst beim vierten Jäger. Dann fahr mich jetzt mit der nächste und der Zwölfe rein, der Easy 8. Boah, Alter, die Hawk ist so... Die Rollgeschwindigkeit ist bei Null. Ey, das ist auch... Versuch mal mit ner Messerschmitt 110 zu rollen, also mit der U88 krieg ich's bisschen. Hahaha! Ja, aber... Das Ding... Könnt ihr rechnen, ist in der Stützung gebrauchen, zwei Bomber. Ja, oder andere Flugzeuge. Die SU und die SPD. Genau. Ich greif die SPD an. Alles klar. Hast du den CR? Jaja. Die SPD macht nen Abflug. User, join your channel. Tunen! Hey! Hey, guten Abend, Jungs! Na, wie geht's? Sehr gut, dass du kommst. Ah, immer wieder schön deine Stimme zu hören. Gibt noch, äh, hier, Amsterdam, wir haben quasi Planung. Ui! Oh, schon vorbei. Boah! Ja, es hat nicht gereicht, um dich zu überholen. Du hast noch 60 Spon...